In Seifen geht die Bahn ab und das gleich in doppelter Hinsicht. Denn in dem kleinen Ort im Erzgebirge befindet sich eine der schönsten Sommerrudelbahnen in Sachsen. Eingebettet in Sairoba, der Erlebniswelt in Seifen, geht es zunächst 175 Meter nach oben. Dann kann jeder Gast die Fahrt auf der insgesamt mehr als 900 Meter langen Bahn genießen. Diese führt durch neun Steilkurven und garantiert dadurch rasanten Sommerrudelspaß mitten im Erzgebirge. Nicht zu vergessen ein auf der Strecke eingebauter und einmaliger Riesenschappen. Ein Vergnügen für Groß und Klein. Das übrigens nicht nur am Tag, sondern auch beim Nachtrudeln unter Flutlicht. Direkt neben der Sommerrudelbahn befindet sich zudem die Modellbahnausstellung. Diese zeigt seit 2010 im Erdgeschoss Sachsens größte digitale Anlage in Spurwarte TT. Mit sehr viel Liebe zum Detail drehen hier die Züge ihre Runden, alles genau nach Plan, digital gesteuert. Dafür wurden auf der 40 Quadratmeter großen Anlage und den dazugehörigen 14 Segmenten 235 Meter Schiene verlegt. 26 Lokomotiven mit 145 Wagen sind so ständig unterwegs. Rasant wird es aber auch am Außengelände wieder. Seit kurzem gibt es hier die Möglichkeit mit ferngesteuerten RC-Cars auf einer mehr als 100 Meter langen Offroad-Strecke zu fahren. Seirobar hat aber noch viel mehr zu bieten. Neben Kletterwand und Erlebnisspielplatz können die Gäste auch eine Grillhütte hier mieten und damit den perfekten Familien-, Klassen- oder auch Betriebsausflug abrunden.